Hallo, mein Name ist Margit und ich komme vom Thüringer Volkshochschulverband und ich koordiniere das Projekt Pathways. Hallo, ich bin Uli Klaum, ich komme aus Göttingen in Deutschland und ich leite die Akademie Waldschlösschen. Wir sind Mitglied im Verein Niedersechstischer Bildungsinitiativen. Mein Name ist Gert Schögel, ich komme aus Österreich, aus dem Bundesland Burgenland, arbeite in der Burgenländischen Forschungsgesellschaft als Historiker und bin hier mit der Lehrenpartnerschaft Pathways. Ich bin Frank de Jonckere und ich komme aus Belgien und arbeite für die Vereniging für Entwicklung und Emancipation von Moslems. Ich bin Stefan Mertens, ich bin freier Mitarbeiter in der Akademie Waldschlösschen und wir sind Mitglied im Verein Niedersechstischer Bildungsinitiativen. Ich bin Alfred, ich arbeite bei der Burgenländischen Forschungsgesellschaft und wir sind Partner im Projekt Pathways. Hei, ich heter Hanne Gielengen, ich bin Bibliothekschef bei Öster-Toten Folkebibliothek in Uppland Fylke. Ja, hallo, mein Name ist Wolfgang Folkmar, ich bin Fachreferent am Thüringer Volkshochschulverband. Hei, ich bin Hova Lund, ich komme aus Norge und arbeite als Räder bei der Uppland Fylkesbibliothek. Ich bin Nadja aus Belgien, ich arbeite für die Vereniging für Entwicklung und Emancipation von Moslems. Hallo, ich bin Els Evert von VUM, die Vereniging für Entwicklung und Emancipation von Moslems. Ich heiße Christian Siege, komme von der Volkshochschule Jena in Thüringen und arbeite dort für die politische Bildung, berufliche Bildung und für ekskursionen. Hallo, mein Name ist Mark Costello, ich arbeite für Variety Town in der UK. Ich bin ein Mitglied von diesem bestimmten Projekt und ich freue mich meine Zeit hier in der UK.